Hallo, das ist unser Alfred, der ganz neu war für Stationen in der Tat. Er ist ein sehr aufgeschlossenes, aktives und lustiges Kerlchen. Er ist circa ein Jahr alt und er ist auf der Straße gefunden worden. Aber es ist ein ganz, ganz lustiger Aufgestellter. Ja, guck mal, guck mal schön in die Kamera. Prima macht sie das. So, und Alfred, was hast du noch, um zu sagen? Der Alfred tut ein Zuhause, und zwar bei liebevollem Menschen, und zwar ein dauerhaftes Zuhause. Ja, Schatzi. Ja, und das finden wir. Ja, also der Alfred möchte bald reisen, wenn das möglich ist. Ja, also der Alfred. Das Ganze ist schön.